So, ich bin wieder zurück, habe heute den ganzen Tag auf der Mac verbracht, habe jede Menge Aufnahmen gemacht, Interviews und so und jetzt habe ich Feierabend eigentlich. Das heißt, ich kann jetzt hier im Zimmer sitzen und auf meinem Mac-Computer die Mac-Zähnen schneiden, draußen ist es immer noch hell, also es ist nicht so spät geworden wie gestern. Meine Brühemaschine, die wird mich heute über den Tag bringen und ja, es gibt ansonsten nicht viel zu berichten, mir geht es gut, ich habe viel Bewegung heute gehabt, ich habe eine Suppe heute gelöffelt, im Catering Service, weil es jetzt keine Säfte gab, die irgendwie entsprechend waren, aber ich denke, damit kann ich leben und ja, ansonsten würde ich sagen, heute zeige ich euch mal ein paar Aufnahmen, die ich jetzt auf der Mac gemacht habe und morgen geht es dann weiter mit einem anderen Video, wo ich wieder ein bisschen mehr erzähle von dem, was mir so widerfährt, aber heute gibt es eigentlich nicht viel zu berichten, deswegen gibt es ein paar schöne Aufnahmen. Ich hoffe, sie gefallen euch, wenn es das tut, liken, kommentieren, mich abonnieren und ja, viel Spaß haben. Also, Aufnahmen von der Mac. Tick war ein. Ich habe ein neues Gemüse gefunden, was ich in meinen Saft reintun kann. Es nennt sich Schoko-Döner-Burger und sieht so aus. Es ist nicht nur Döner, es ist nicht nur Burger, es ist nicht nur Pizza, sondern es ist noch Schoko. Da ist alles drin, alles. Und wenn ich die Saftmaschine drücke, werde ich einen super gesunden Saft haben. Ich glaube, ich nehme jetzt drei davon mit. Also, wir stellen das auf jeden Fall hier aus. Wenn du uns deine Adresse gibst, kannst du doch an einen Facebook-Twitch geteilt, eben bei der Hand. Es ist hoch auf unserer Seite. Und das Bild mit den meisten Likes bekommt einen tollen Freude. Ich bin ja nicht überrascht. Nein. Musik 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 Musik